Glaube ich. Weiß ich nicht. Doch. Und hier ist dann quasi... Mache ich dann die Lava rein. Das heißt, hier kommt das Wasser, so eine riesige Strömung, strömt alles hier hin. Dann ist hier die Lava von vorne und dann fallen die Dinger, werden die in den Abgrund geschlinkt. Keine Ahnung. Und dann... Hängen die hier an der Lava und die Items fallen durch. Das ist zumindest mein Plan. Keine Ahnung, ob's klappt. Wir müssen sowieso mal austesten, wie weit die Lava fließt, wie weit das Wasser fließt, ob ich hier noch Absenkungen irgendwie reinhauen muss, keine Ahnung. Ich geh jetzt erstmal zurück, weil es wird dunkel. Oh, die sind hier alle fertig. 17... 17... Kohle... 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 Kohle, Kohle, Kohle... So. Die lass' ich hier. So. Die lass' ich auch hier. Die lass' ich auch hier. Oh, ich hab' ja sogar 35 Eisen schon. Wow, da hab' ich ja echt schon ziemlich viel eigentlich. Oh, doch mal ein bisschen ausräumen hier. Den Dreck, der kann auch hierbleiben. Da ist auch nochmal Dreck. Die Kacke kann auch hierbleiben. Und ich muss mal bald eine neue Truhe machen, weil die reicht, glaub' ich, bald nicht mehr. So, jetzt muss ich gucken, wie gingen nochmal Eimer. So, ja. Vier Eimer müssten reichen eigentlich. Einfach damit wir nicht so oft laufen müssen. Oh ja, und jetzt sollte ich vielleicht nochmal schlafen kurz. Ich trinke in der Zeit mal was. Wie immer. Und irgendwie gucken wir jedes Mal aus dem Fenster, wenn wir aufwachen. Erstmal lecker Eisen essen. Cornflakes mit extra viel Eisen. Da ist ne blaue Spinne. Ne blaue, die ist blau. Geil, oder? Ich hör'n Skelett, ich hör'n Zombie. Die ist blau. Wie geil sieht das denn aus? Ich muss jetzt eh erstmal ans Wasser latschen. Weil wir brauchen Wasser. Wasser, 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 Wasser. Oh, der Eimer sieht aber cool aus. Noch mal ne blaue Spinne. Die ist freundlich. Die ist ja tagsüber, sind die Spinnen ja freundlich. Oh, ist die süß. Stirb, du Fotze. Ich hasse Spinnen. Oh, und jetzt ist grad'n Zombie verreckt. Das sieht aber echt komisch aus hier. Was soll das denn darstellen hier? Kohle! Das war ganz im Ernst. Was soll halt hier darstellen? Und hier sieht man's super toll mit den texturndingern. Drei verschiedene Schweinedesigns. Da hinten ist noch ein viertes. Die sehen so cool aus. Ist es nicht süß? Es sieht einfach nur geil aus. Also ich bin hellauf begeistert. Das sieht echt komisch aus. Hier ist Eisen. War ich hier schon mal? Nee, oder? Was ist denn hier passiert? Sind hier überall Creeper explodiert? Oder? Warum sieht das hier so komisch abgehackt aus? Hier ist Sand. Und da ist dann wieder Stein. Oder hab ich hier schon mal Sand abgetragen? Aber eigentlich nicht, oder? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Komisch, komisch. Aber mein Gott, ich hab da nichts gegen. Also Kohle und Eisen an der Oberfläche. Klar, warum nicht? Dann auch noch umsonst. Ich frag mich, was es hier noch so für Werbegeschenke gibt. Mein Gott, dann sind auch immer so riesen Kohle vorkommen. Das ist ja abartig. Scheiß, mein Metas voll. Verdammt. Was schmeiß ich denn jetzt mal weg? Die Steine. Scheiß auf Steine, Alter. Scheiß, jetzt brauch ich die Steine. Das sieht echt komisch aus. Das ist doch kein richtiger Strand. Guck dir halt mal an. Also ich glaub, hier muss ich noch mal ein paar Schönheitssachen mir vornehmen. Oh, das Wasser sieht schön aus. Finde ich. Plöp. So, und jetzt latschen wir und latschen und latschen. Dann mach ich mir da hinten so ne Quelle. Hier. Damit ich mir von da hinten immer das Wasser nehmen kann. Dann muss ich nämlich nicht immer hier hin laden. Schon wieder. Gott, aber wir sind ganz schön rohstoffreich beschenkt worden hier mit dieser Welt. Und hier ist schon wieder ne Höhle. Ach du heilige Scheiß, was ist denn hier? Das ist echt komisch. Also total unauffällig hinter diesem Berg wird unsere geheime Massenvernichtungswaffe erbaut. So, hier oben mach ich mir mal so ein kleines Becken. Zack. Und schon ist es ne unendliche Quelle. Von allen Seiten einfach mal rein. Dann ist es nämlich kein fließendes Wasser mehr und es ist stilles Wasser. Und das sieht aber auch echt cool aus, wenn das hier so still ist. Das ist echt cool. Finde ich gut, ja. Finde ich gut. So. Ein paar Experimente machen. Wie weit das fließt. Das ist schon mal viel zu weit das ist ja schon mal scheiße. Oder muss ich hier vielleicht . . . Das sieht schon besser aus. Gut Dann muss ich das mal kurz hier wegnehmen Blöpp, 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 blöpp Ja, ja Ja, ja, kann ich mir leben Ich würde die halt gerne sehr, sehr breit haben, die Falle Damit da aus einem möglichst breiten Radius da auch Viecher angespült werden Das ist schon wieder zu weit Vielleicht kann ich die ja so noch zu den Seiten ausbreiten Hab ne Idee Ups, das wollte ich gar nicht Kurz gucken, wie weit das von hier aus fließt Das passt auch, das geht da auch rein Geht das auch von hier ganz hinten? Ja Hilfe, ich bin ein Mob, ich bin gefangen Hilfe, 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 ich muss gleich sterben Finde ich gut Finde ich gut Und von hier, warte Muss ich hier mal hier so eine kleine Super Nur hier ist Oh, hier ist jetzt stilles Wasser Das ist scheiße Das ist echt scheiße Jetzt Dadurch wird's auch nicht besser Das ist blöd Ah, ich komm nicht raus Ich muss hier sowieso erstmal Wasser rausnehmen Das ist blöd Das ist hier Da reinfließt Jetzt wird's schon wieder dunkel So ein Mist Ups, hab ich das jetzt Noch mal ein ganz kurzer Test War das jetzt von hier oder von da? Das ist scheiße Egal, ich muss kurz Wieder in mein Haus schlafen Sonst wimmelt's hier gleich wieder von Zombies Und morgen geht's dann weiter Hier könnte ich mir auch übrigens mal Ich glaub das war ja vorher sogar so Nur leider hat der Creeper das ja alles eingerissen Mein Gott und mein Inventar ist schon wieder voll Ist doch zum Kotzen Festklinge brauche ich im Moment nicht Erst später wieder Naja, die Seide Ja, passt Das Eisen kann ich gleich nochmal draufklatschen Auf die Dingensbummens Neuer Tag, neues Glück Gib's zu Du findest das Schaf Haha, Schaf Wisst er? Das Schaf Findet das Schaf Ups, jetzt ist die Wolle da reingefallen So Ne, warte, 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 warte Genau, genau, genau Warte, warte, warte An den Seiten Muss das einen höher sein, glaub ich Ich muss doch kurz das Wasser hier rausnehmen Boah Ja So So So, 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 so. So, 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 so. So. So machen, so machen. Super, jetzt ist uns die Scheiße ausgegangen. Und zack haben wir zu wenig Erde, na super.